Das Alter rückt jetzt natürlich immer näher und damit rücken auch die Sorgen immer näher. Ich kann es gut verstehen und man fühlt sich manchmal sehr ängstlich und sehr beklemmt und manchmal weiß man auch nicht, wie das so werden soll im Alter. Ich würde Ihnen gerne jetzt mal den Puls messen, dann würde ich gerne Ihre Sorgen fressen und dann gibt es natürlich wie immer ein ganz tolles Buch aus dem Stapel. Dieses Mal ist es sogar aus dem Ehrengastland. Moment, ich suche es Ihnen gerade heraus. Ja, nein. Das ist es auch nicht. Ich glaube, ich schicke Sie am besten in die Apotheke. Das Buch heißt Eierlikör-Tage und ist von Hendrik Grün und darin steht, wie Sie in Frieden und mit Humor altern können, ohne sich ständig Sorgen und Meckerfalten aufs Gesicht machen zu lassen. Ich habe hier einen tollen Stempel. Damit gehen Sie rüber und ich wünsche Ihnen gute Besserung. Ich hoffe, ich habe hier auch noch einen Rektor über dich. Ich bin ein Rektor über Grund, wie Sie in Frieden und milder sind. Ich weiß Ihnen heute nicht, wie Sie in Frieden und mit dem und mit dem Ich finde, ich muss Ihnen jetzt mal ein Rektor über dich. Das ist eine große Rolle. Du bist Iierlikör-Tage und erépendet zu uns. das ist. Du bist du bist du bist. Ich bin ein Rektor über dich. Du bist du bist.